Ich bin plus etwas Negatives bedeutet, du manifestierst das Negative als deine Identität. Als allererstes möchte ich dir einen frohen dritten Advent wünschen. Und weil heute Vorweihnachtszeit ist, möchte ich dir etwas schenken. Klicke einfach auf den Link unter diesem Video und sichere dir jetzt mein Weihnachtsgeschenk. Okay, hast du dir dein Geschenk gesichert? Mein Team hat sich wirklich etwas Besonderes überlegt. Du kennst vielleicht diese Fünf-Finger-Übung. Du nimmst immer einen Finger runter, wenn das, was ich jetzt sage, auf dich zutrifft. Auf mich trifft es nicht so zu, deswegen muss ich die Finger oben lassen. Nimm also einen Finger runter, wenn du dich jetzt in der Vorweihnachtszeit erschöpft fühlst. Nimm einen weiteren Finger runter, wenn dich die Vorweihnachtszeit stresst oder gestresst hat. Nimm einen weiteren Finger runter, wenn Familienfeste dich nervös machen. Und nimm einen Finger runter, wenn die Konsumfalle dich eingefangen hat. Und nimm einen letzten Finger runter, wenn du dich nach Besinnung und Ruhe sehnst. Insgesamt ist es ja so, dass die Monate vor dem Jahresende bei den meisten Menschen besonders viel Stress verursachen. Und dann kommt so ein erster Fehler, die Menschen fühlen Stress und sagen, oh, 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 das ist der Fehler. Das ist ein Feind, dieser Stress. Viele Menschen denken, sie müssen Stress vermeiden, weil Stress die Funktion deines Herzens verschlechtert. Viele denken auch, Stress macht dich chronisch krank. Aber ich behaupte, Stress kann dein bester Freund werden. Und erlaube mir, dir das zu erklären, denn du hast drei Möglichkeiten, es zu schaffen, dass du buchstäblich Freundschaft schließt mit dem Stress. Es gibt eine amerikanische Studie, die hat acht Jahre lang 30.000 Probanden begleitet. Und sie haben sich immer gefragt, wie viel Stress hattest du im letzten Jahr? Und glaubst du, dass Stress dich krank macht? Und in dieser Studie, das war besonders eindrucksvoll, waren auch einige tatsächlich durch Stress gestorben im Laufe dieser Zeit. Und das Ergebnis war, 43% von diesen 30.000 Menschen haben gesagt, dass Stress tatsächlich dazu führen kann, dass wir durch Stress sterben. Wir haben eine höhere Chance zu sterben, wenn wir Stress haben. Und jetzt kommt das Interessante, das traf aber nur auf die zu, in dieser Studiengruppe, die glaubten, dass Stress schlecht sei für ihre Gesundheit. Dann gab es eine andere Gruppe, die hatten zwar viel Stress, die haben aber nicht gesagt, oh, dieser Stress ist schlecht für meine Gesundheit. Also obwohl die viel Stress hatten, aber gesagt haben, nö, das ist überhaupt kein Problem, hatten die die niedrigste Sterberate. Die war sogar niedriger als bei den Leuten, die tatsächlich objektiv wenig Stress hatten, aber Angst hatten vor Stress. In einer erweiterten Studie hat man gesehen, dass innerhalb von acht Jahren 182.000 Menschen gestorben sind, aber nicht durch Stress, sondern durch den Glauben, dass Stress schlecht ist für ihre Gesundheit. Eine bahnbrechende Untersuchung, finde ich, weil man es jetzt einmal richtig bewiesen hat. Deine erste Möglichkeit, also Freundschaft mit Stress zu schließen, ist, dass du Stress als etwas wirklich Gutes ansiehst. Stress ist ja immer da. Wenn wir unsere Komfortzone verlassen, raus aus dieser Zone, in der wir uns wohlfühlen, was ist dann die nächste Zone, in die wir automatisch reinkommen, ist die Angstzone. Und wenn wir dann weitergehen, kommen wir in die Zone, in der wir lernen. Wenn wir dann weitergehen, wachsen wir. Und wenn wir dann weitergehen, dann kommen die Möglichkeiten. Deswegen müssen wir raus aus der Komfortzone. Die Angstzone bedeutet aber, weil wir automatisch als uralte Wesen Angst haben vor der Angstzone, dass wir Stress haben. Aber das können wir ja als etwas Positives sehen, weil es der Weg ist zum Lernen, zum Wachsen, zu den Möglichkeiten, zu einem größeren Leben. Meine Frage. Können positive Gedanken über Stress dich gesunder machen? Die Antwort ist ein klares Ja. Denn dein Umgang mit Stress hat eine direkte Auswirkung auf deinen Körper, auf dein Herz-Kreislauf-System, auf deine Atmung. Wenn du also Stress hast und das Herzchen mehr klopft, dann ist das ein gutes Training für das Herz-Kreislauf-System. Wenn du schneller atmest und ordentlich und gut atmest, hast du mehr Sauerstoff im Gehirn. Das heißt, du kannst eine bessere Performance machen. John F. Kennedy hatte, das wissen die wenigsten, Zeit seines Lebens ein ziemliches Rückenleiden. Mehrere Operationen, er musste immer so einen Gurt tragen, so einen Stützgurt. Und als er dann seine Antrittsrede als Präsident halten sollte, da hat er besonders viel Schmerzen gehabt. Weil dann zieht sich ja der Rücken noch zusammen, es krampft, dann tat es noch mehr weh als sonst. Und weil er dann schon so ein bisschen zuckte, haben die Leute ihn gefragt, Mr. President, sind Sie nervös, sind Sie gestresst? Sind Sie nervös, sind Sie gestresst? Und John F. Kennedy hat geantwortet, nein, ich bin aufmerksam. Er hat also die Möglichkeit gefunden, Stress als etwas Positives zu erkennen. Dass es mehr Sauerstoff gibt, dass sein Körper durchblutet, mehr durchblutet. Und er sagte, ich bin mehr aufmerksam. Ich bin jetzt in einem State, wie die Amerikaner das nennen, in dem ich meine beste Leistung bringen kann. Blutgefäße verengen sich normalerweise bei Stress. Aber mit dem neuen Ansatz, zu sagen, Stress ist etwas Gutes, können wir es tatsächlich schaffen, messbar schaffen, dass wir unsere Blutgefäße weit stellen. Dass unser Herz schneller schlägt. Und dass wir Glücksgefühle haben. Gefühle von, ja, so einem kleinen Mini-Rausch, von Mut, weil wir sehr aufmerksam sind. Fazit. Wie du auf Stress reagierst, beeinflusst deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. Und daraus ergibt sich jetzt die zweite Möglichkeit, wie du Stress umarmen kannst, Freundschaft schließen kannst mit Stress. Das ist deine Wortwahl. Das ist eine ganz kurze Lektion, sie ist aber unfassbar wichtig. Sage bitte nie mehr, ich bin gestresst. Weil die allermeisten das mit etwas Negativen verbinden. Sage vor allen Dingen nicht diesen Satz, ich bin plus etwas Negatives, bedeutet, du manifestierst das Negative als deine Identität. Du bist. Also wenn du schon etwas mit Stress sagen willst, dann sagst du, Moment, fühle ich ein bisschen Stress. Wenn du es sagen möchtest. Aber sage niemals, ich bin, weil es sich dann zu deiner Form manifestiert, zu deiner Identität. Sage, wenn du ich bin verstärken möchtest, dann mit etwas Positivem sage, ich bin aufmerksam. Oder wenn du es neutraler sagen willst, sag, es wird gerade richtig lustig. Oh, jetzt wird es aber gerade richtig spannend. Mensch, jetzt bin ich aber gleich voll da. Und mit all dem nimmst du durch die Wortwahl deine Rolle als Schöpfer ein, in eine Richtung, in der du mit dem Stress so umgehst, wie du umgehen möchtest. Also, siehe Stress als etwas Positives und drücke das zweitens auch mit deiner Wortwahl aus. Drittens, die dritte Möglichkeit, dass du Freundschaft schließt, Stress richtig umarmst, ist, dass du dir bewusst bist, dass Stress nicht dauerhaft sein darf. Stress ist gut, das stimmt, aber wenn der Stress dauerhaft ist, man nennt das linear in der Wissenschaft, also einfach nur Stresslevel hoch, dann ist es nicht gut für uns. Was wir brauchen, ist die Anforderung Stress und dann eine Pause. Das ist also nicht linear, sondern so etwas Gezacktes. Stress, Anforderung, Pause. Anforderung, Pause. Anforderung, Pause. Dann wachsen wir. Es ist wie im Körpertraining. Wenn du deinen Muskel trainieren willst, wirst du auch die Handel nehmen und damit dem Muskel Stress aussetzen, aber dann gibst du dem Muskel Pause und in der Pause wächst er. Was kannst du tun, damit Stress nicht linear ist? Du kannst einfach atmen, du kannst sagen, ich atme jetzt tief in den Bauch, dann merkst du, dass du ruhiger wirst. Du kannst dich auf eine Sache konzentrieren, statt auf viele, also achtsam eine Sache machen. Und du kannst dich ganz bewusst entspannen. Du kannst meditieren, du kannst spazieren gehen, du kannst ein warmes Bad nehmen. Das ist meine Botschaft heute. Siehe Stress als etwas, was wichtig ist für dich, was dein Freund ist. Drück das auch mit deinen Worten aus. Sage, ich bin achtsam. Und finde Wege, dass du in die Entspannung kommst. Und die Vorweihnachtszeit ist ein optimaler Zeitpunkt dazu zu üben, dass du Frieden hast, dass du in die Stille kommst, dass du dein Herz spürst, dass du wieder das spürst, was für dich wirklich wichtig ist. Ich wünsche dir die Kraft und die Weisheit, dass du genau das erfährst. Dein Bodo Schäfer